Diese Foundation ist über 100 Jahre alt und wir werden sie testen. Ich bin Maximilisch, suche für euch immer die spektakulärsten Produkte, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und dieses Schätzchen ist uralt. Nicht das genau, aber das ist die Flawless Finish Sponge-On-Cream-Make-Up Foundation von Elizabeth Aden. Und die hat angeblich Jackie Kennedy schon benutzt. Das Ganze kommt in einem wunderschönen Kompakt hier hinten. Ist ein Schwamm, aber wir tragen sie mit einem Pinsel auf. Die Foundation hat eine super hohe Deckkraft und ist so ein bisschen pudrig-matt. Die riecht sogar so ein bisschen wie die 8-Hour-Cream. Das sieht so ebenmäßig aus. Okay, wow. Das ist leicht pudrig, also perfekt für den Sommer und für 120 Jahre oder wie alt das Schätzchen hier ist. Genial. Folgt mir für mehr.